Insbesondere jetzt unter der Woche im Pokal, das hat Michael Schweighardt klar angesprochen. Und natürlich muss sich auch Kai Häfner steigern, der im Sommer gekommen ist von der MC Melsum. Unangenehm, wenn du an der Wurfhand was hast. Sie spielen so echt gut hier. Auch vom Strich normalerweise. Tojan Ovizio ist im Spiel beim TVB. Mit Geduld und Spucke. Die Angriffsleistung, das sieht Bobby Stuttgart in dieser... Ah, dann kommt auch noch das mit dazu. Oh, der findet wieder die Lücke. Kai Häfner. Der sich rasant entwickelt. Im Winter ist er gekommen. Oh, da belohnt sich der TVB doch noch mit einem wunderbaren Treffer zum Abschluss des ersten Durchgangs. Es gibt keinen Verein, der in den letzten Jahren so viele Weltklasse-Spieler rausgebracht hat, wie GOG. Oh, da hat er ein großes Glück. Kai Häfner, Ping-Pong. Ist auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg heute wieder. So, das ist eine ganz typische Bewegung von Kai Häfner. Das gibt's doch gar nicht. Das kann nicht sein. Das sind brutale Zahlen von Stuttgart. Achtzig Prozent Abschluss. Achtung, meine Güte, Simon Hüttlick. Er ist doch eigentlich schon vorbei an seinem Gegenspieler. Drei Tore zurück wieder Flensburg. Knappe drei Minuten noch zu spielen. Jetzt braucht Kicker, Kicker. Aber genau die richtigen Worte.